da sind wir wieder herzlich willkommen zurück meine hübschen wir wollen in schmiere baden gehen und das ohne helme das hat nämlich klar das am ende der letzten folge gesagt und ob uns das gelingt das werden wir rausfinden geh mal hüpfen ja nee warte mal ja ich möchte gerne brücke haben holst du mir die der hat gesessen ok was wird mit der machen weiß ich auch noch nicht warte mal ich geh mal hier hoch gucken aua lol warte mal alles gut da ist aber nichts gefährlich lass mich mal da hoch springen ja du musst die brücke setzen so war das genau und die hast du jetzt wo ist sie da oben bist du da oder hast du und nie ja genau dachte ich mir auch gerade warte mal kann ich sonst nicht aua aua hat geklappt nee nee ähm wir hätten beide wahrscheinlich springen müssen nacheinander komm doch mal runter dann löschen nochmal kurz irgendwie hier unten und dann springen wir beide nochmal äh nee das ist ja auch bullshit das muss irgendwie anders gehen denk nämlich auch hast du da oben noch irgendwie anderweitig ach so warte mal ich hab ne idee das ist gelb ne genau moment ich hab ne idee warte ich sie im moment jetzt hab ich die Brücke weggerissen ne nö nicht? okay ja alles meine Portale jaja ich will da drüber einsetzen passt nicht jetzt okay war knapp aber überlebt sinn und zweck ist eigentlich ein anderer ne ähm mal hier ja ich seh mich fallen ha hu ja knapp knapp ich bin wieder da war bestimmt nicht so gewollt aber ne ich glaub auch nicht aber schummeln ist erlaubt ach ne geht ja noch weiter ich wollt grad sagen wieso redet sie nicht oh oh ich spring erst mal rein was da geht irgendwas sagt mir dass man hier via Portalsystem die Leute von A nach B bringen musste ähm bringt es dir was wenn die jetzt runter ne wird wahrscheinlich nichts bringen wenn ich jetzt hier reingehe ne und jetzt den warte mal das ist die Basis ne wenn ich jetzt rot dort setze kommst du dann da ne ist ein bisschen zu deutsch schräg ne ja ne wird nicht gehen aber ach doch warte mal ich hab ne Idee ne Moment falsch rum wie komm ich denn jetzt wieder zum Anfang äh tu mir mal einen Gefallen überschreib mal bitte mein gelbes und mach mir mal da unten blau auf ne ne mach mal da damit ich da wieder rüberkomme genau so und jetzt hab ich nämlich da oben ein rotes und wenn ich jetzt hier gelb setze darfst du einmal fliegen gehen immer fliegen miau ok ähm jetzt machst du nämlich da eins an ach ne geht ja nicht ähm oder komm ne wahrscheinlich nicht ne wenn oder kommst du an das Ding da ran wo na hier auf der anderen Seite wo du grad rein ja dann mach mal da rein genau ach ne geht ja auch nicht ich Idiot das hätte rotes da hätte ich einfach durchfliegen müssen ich Idiot da wär ich in dein blaues rein komm ich wieder zurück ne komm ich nicht äh ne da muss ich dich hier zurückholen warte mal über den Weg oh Gott das war knapp ähm rot warte mal du hast jetzt das blaue ne mach mal hier dein dunkelblaue warte mal ich hab doch jetzt da hinten schon die da ach ja stimmt das bo.. ne nicht springen nicht springen dann löscht du du fliegst ja durch die Barriere wenn dann muss ich jetzt sind so ja dann wenn da oben das Ziel ist so jetzt guck ich erstmal ähm da oben das Ziel ja ja hier oben ist das Ziel aber das Problem ist hier ist ein Denkfehler ja ach ne richtig wieso ist das denn so einfach ich hab keine Ahnung damit alles so aufregender wird warte ich die Remontageeinheit euch nicht neu zu montieren sie lehnte ab ich glaub wir haben jetzt gerade einfach nur Glückslauf gehabt es wäre als würde man mich bitten mit den Testen aufzuhören es wäre dennoch aufregend gewesen ja das verwirrt mich gerade das kam mir jetzt gerade so ultra einfach vor ohne großartige Anstrengung hm und dabei hab ich den stundenlang in Erinnerung irgendwie war aber glaube ich wie gesagt ein klein wenig mit Glück verbunden lasst uns jetzt das Brücken bauen üben die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse vor allem weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann erinnerst du dich tanzen vor Torrance dann müssen wir mal gucken ob wir das hier umsetzen können ähm äh fantastisch hat sie viel Vorsicht genau die du musst jetzt da hinten aufmachen und dann hier da eins und da hinten eins hinter der aber wie kommen wir denn hier raus? ach so durch dein Portal natürlich äh ja äh keine gute Idee Mist Moment mal äh auch mal irgendwo vielleicht denn ja hier hinter wäre sonst noch mach ja schon wieder falsch Moment ne da hinten lol was zum Teufel was denn? Torrance auch Torrance ähm ähm ich jetzt hier ein Denkfehle? du ne warte mal komm mal her mach mal hier hinten eins dran und mach mal da hinten eins dran ja da vorne müsst du da auch gehen oder nicht? wo? na da hinten an der Wand das ist doch gar nichts ja doch oder nicht? das ist nichts klar ja doch okay ähm das ist ähm genau wie kommen wir auf die andere Seite? verdammte warum machen wir mach doch da so lass mal dancen hier vor denen äh was ist denn kanzen? die Frage ist das die erste? ich glaub ja ne? ne der ist das Winken ja unerreicht genau hm hast du auch? ja okay alles klar ja nicht wundern ähm wie gesagt wir haben es ja vor ein paar Jahren schon mal durchgespielt das heißt wir haben einige Errungenschaften oh Gott und bei einigen wussten wir dass die noch offen sind ich glaub wir haben schon so einige versammelt rot rot du kannst denn für die andere Seite genau ey mach doch hinter dir oh so geht's natürlich auch oh oh mit Menschen wäre das ein erfolgreicher Test gewesen oh mein Gott kommst du noch an die erste Dings- ne du kommst weiter scheiße oh man wir sind Helden kommst du mal bitte zurück wie denn? sterben sterben oh ne ey und nochmal vom vor ich hab jetzt extra mal ein Stückchen höher gesetzt ich glaub ich setz auch mal ein Stückchen höher noch ne geht nicht also wir müssen nacheinander bis sie sich wieder beruhigt haben ja oder gleichzeitig oder Zeit ne komm 2 1 2 lauuu oh mein oh mein mhm mhm ähm ach da oben ist auch noch einer ja damit kriegen wir zumindest den Schutz hinter da fehlt aber deine Barriere ne Wand fehlt ne ne da ist nichts achso achso ähm ah hier hoch genau soweit so gut jetzt machst du den Roten hier hinter mir genau ähm oh das hatten wir letztes Mal auch nur mit Glück geschafft einer muss auf jeden Fall da rüber und der andere muss den Knopf drücken ne warte mal wo kommt denn der Ball? bei mir okay ähm das heißt ich muss drücken und Ball fangen? ne niemals ist bei den Torrents selber vielleicht noch ein Dings drinnen? ne ah ah das schaffen wir niemals es sei denn du bist so schnell du reißt das Ding weg und setzt es mir direkt wieder vor der Nase versuch's mal ja 3 läuft schnell und lässt den Ball fast noch runterfallen man sind wir ähm ähm äh auch diesen Test hatte vor euch noch niemand bewältigt oh welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat jetzt ist er nutzlos tja klär das ja aber bevor ich da reingehe ne bevor ich geht's erst in der nächsten Folge weiter macht's gut meine Hübschen haut rein dann 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 dann